Mit den mitgelieferten Vorlagen kommen Sie besonders schnell zum Ziel. Sie finden sie in der Design-Galerie am rechten Bildschirmrand. Es gibt Vorlagen für Fotoalben, Fotokalender, Grußkarten, Einladungen und vieles mehr. Die Vorlagen können Sie direkt verwenden. Die Fotos auf der Vorlage tauschen Sie einfach mit Ihren eigenen Fotos aus. So entsteht ganz schnell Ihr persönlicher Fotokalender, den Sie direkt ausdrucken und verschenken können.